Herzlich Willkommen, ich freue mich über Interesse, mein Name ist Klaus Echtler und das Thema in diesem Video, unser Bargeld, die eventuelle Abschaffung und Bitcoin. Wie immer geht es bei diesem Thema vor allem um Geld, leider nur in geringem Umfang um den Vorteil für uns Einzelne, sondern eher um den Vorteil für Konzerne, Politik und Einflussreiche. Dieses Wort Einflussreiche, wenn Sie das mal zerpflücken, dann wissen Sie, was ich meine. Ich möchte in diesem Video ein paar Gründe aufzeigen, warum Bargeld eventuell abgeschafft werden sollte oder könnte, dann um die Vorteile für uns, um die Nachteile für uns, was hat das Ganze mit dem Bitcoin zu tun und dann noch mal eine Zusammenfassung. Zuerst zu den Gründen laut der Befürworter. Diese Befürworter sind Regierungen, Banken, Unternehmen und auch andere, die viel mit Geld zu tun haben. Sie sagen uns, Abschaffung von Bargeld spart einfach Geld. Geld für die Organisation, für das Drucken und Prägen von Scheinen und Münzen. Es spart Geld, indem man das nicht mehr transportieren muss, nicht mehr einlagern muss und so weiter und so weiter. Ein weiterer Vorteil soll sein, dass kriminelle Machenschaften etc. verringert werden, aus dem Weg geräumt werden, wie Falschgeld oder Geldwäsche. Bei der Geldwäsche ist es wohl so, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit Geld betrügerisch umgehen und große Summen verschieben, aber allerdings sicherlich nicht mit Bargeld. Ich glaube nicht, dass Betrüger mit Bargeld Summen von A nach B und C transportieren, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass diese Summen, diese großen Summen und diese Falschgeld bzw. die Geldwäsche eher auf dem Weg digital funktioniert und nicht mit dem Koffer. Die Vorteile für uns Einzelne, da fallen mir gar nicht so viele ein und ich möchte Sie bitten, wenn Ihnen noch andere einfallen, außer die drei, die ich gleich erwähne, Schreiben Sie es in die Kommentare rein, gibt es vielleicht eine schöne Diskussion. Die Vorteile für uns Einzelne ist natürlich klar, es geht schnell etwas zu bezahlen, es ist einfach und es ist natürlich bequem. Ich selbst bin jemand, der auch gerne mal schnell und bequem was einkauft, online und am nächsten Tag geliefert bekommt oder auch an der Kasse mal schnell für 5 Euro die Karte hinhält, aber eigentlich sollte man das eher vermeiden. Die Nachteile für uns Einzelne, es wird alles, was wir tun, nachvollziehbar. Fürs Finanzamt, für die Banken, für Dienstleister, für Plattformen, das geht los bei Google, das geht über Amazon, das geht zum Finanzamt, wir werden praktisch gläsern und unser Leben wird komplett kontrollierbar durch diese bargeldlose Zahlung. Wenn es um das Thema geht, was zur Zeit in aller Munde ist, Strafzinsen. Die Strafzinsen, wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann kann man einfach diese Strafzinsen vom Konto abbuchen, ohne nachzufragen und ohne, dass sich jemand dagegen wehren kann, weil ja Abhebungen nicht mehr möglich sind vom Konto. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass Menschen ohne Konto vom Leben ausgeschlossen bleiben. Das betrifft zum Beispiel Arbeitslose, Obdachlose und auch Neuankömmlinge, die zu uns kommen, um hier Fuß zu fassen und ohne Konto allerdings nicht wissen, wie sie das machen sollen. Was die Obdachlosen betrifft, was ja immer mehr wird, auch in Deutschland, ist es so, dass wir häufig sehen, dass Menschen Flaschenpfand sammeln. Dieses Flaschenpfand kann dann ja natürlich, wenn es kein Bargeld mehr gibt, nicht mehr eingelöst werden, weil die Kasse ja kein Geld mehr auszahlt und da es ja auch kein Konto gibt, ist es natürlich auch für diese Leute schwierig, irgendwo ein Einkommen herzukreieren. Was auch sehr bekannt ist und was erforscht ist, wenn wir bargeldlos zahlen, dann kaufen wir einfach mehr, weil wir nicht mehr die Kontrolle so über das haben, was wir im Geldbeutel haben, sondern weil wir einfach konsumieren und der Konsum dann sich erhöht, indem wir einfach die Karte hinhalten oder das Handy und das Geld abgebucht wird. Und am Ende wundern wir uns, wenn das Konto überzogen bleibt. Und durch gute Werbung wird dieser Mechanismus, dass wir mehr einkaufen, nochmal vergrößert und verstärkt. Das hat man auch untersucht, wenn man eine Werbung für ein großes, teures, schönes, flottes Auto gesehen hat und später dann zum Autohändler geht, dann hat man ermittelt und erforscht, dass man dann ein teureres Auto kauft, als wenn man diese Werbung für dieses teure, tolle Auto nicht gesehen hätte. Ja, was hat das Ganze nun mit dem Bitcoin zu tun? Ich finde, wenn man mal ein bisschen weiter denkt, eine ganze Menge. Der Bitcoin soll natürlich begrifflich nur exemplarisch für alle Kryptowährungen stehen, die es heutzutage gibt. Und die Idee dieser Kryptowährungen war, dass man dem Staat und den Banken die Kontrolle des Geldes insoweit entzieht, dass man nicht mehr unbegrenzt Geld drucken kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns auch nicht mehr so stark kontrollieren und einschränken kann. Das war die Idee. Durch die Mengenbegrenzung bleibt der Wert des Geldes erhalten, wie das schon mal früher war, als die Währung noch mit Gold unterlegt war. Da blieb der Wert erhalten und es konnte nicht über Nacht verschwinden, diese Währung. Und was auch natürlich klar ist, die Regierung hat dann keine Chance mehr, einfach Geld in unbegrenzter Menge zu drucken und somit auch den Markt und die Finanzen zu kontrollieren. Der Einfluss von Kryptowährungen ist meiner Meinung und meiner Ansicht nach nicht mehr zu stoppen. Es wird in Zukunft immer mehr dazu kommen, dass Kryptowährungen benutzt werden und aus unserem Leben einfach nicht mehr verschwinden. Ein Hinweis dafür ist, dass Banken und Staat, die hier natürlich mitmischen wollen, um wieder neu zu kontrollieren, inzwischen auf den Zug aufspringen und mit neuen Gesetzen und weiteren Ideen diesen Weg schon bereitet haben. Es gibt seit Januar diesen Jahres die fünfte Europäische Geldwäscherichtlinie, die erlaubt, dass Banken für Kunden Kryptowährungen handeln, verwahren und verwalten dürfen. Das bedeutet, ein Kunde kann zu seiner Bank gehen, wenn sie eine Lizenz bekommen hat vom Bundesaufsichtsamt für das Finanzen, kann zur Bank gehen und kann sagen, bitte kauft für mich Kryptowährungen, Bitcoin oder andere, Litecoin oder Ripple, egal, und verwahrt die für mich und wenn ich sie dann wiederum tauschen will, tauscht er die für mich wiederum. So ähnlich wie das funktioniert mit Aktien und anderen Wertpapieren und Anleihen. Dieses Gesetz ist am 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten, 2020, und inzwischen haben in Deutschland 40 Banken Lizenzen beantragt, einige sind schon zugeteilt worden, wo der Kunde dann über seine Bank oder über seine Sparkasse Kryptowährungen erwerben kann, sodass wieder die Bank eine Kontrolle hat, wie viele Kryptowährungen hat er, wie viele Bitcoins, wo hat er das, wie setzt er das ein und so weiter und so weiter. Zum Zweiten hat die Unionsfraktion im Bundestag im Sommer 2019 vorgeschlagen, einen E-Euro, also einen Elektro-Euro einzuführen, also eine Digitalwährung, und zwar wahrscheinlich aus dem Grund, weil Facebook eine Kryptowährung, die namens Libra genannt wird, einführen wollte. Und so hat man einfach gesagt, wir wollen uns dagegen stellen und wollen mithalten können und haben uns gedacht, wir führen mal den elektrischen Euro ein, als auch als Kryptowährung. Da sieht man, dass die Banken und wahrscheinlich auch andere Finanzdienstleister schon auf dem Weg sind, sich zu rüsten, um einfach hier wieder mitzumischen, Geld zu verdienen und die Kontrolle zu behalten. Zusammenfassend möchte ich das Ganze vielleicht so, digitales Geld ist in unserem Leben längst vorhanden. Ich möchte da mal zurückblicken auf die Jahre vielleicht 1965. Da kann ich mich nämlich noch sehr, sehr gut erinnern. Und mein Vater hat damals doch das Geld in einer Lohntüte bekommen. Und er hatte auch so einen Lohnstreifen, der war ungefähr so einen halben Meter lang, da war ganz klein draufgestanden, was er verdient, was er bezahlt, was an die Sozialversicherung abgeführt wird und so weiter. Und diese Lohntüte hat er dann mit heimgebracht und die wurde dann sozusagen am Küchentisch geschlachtet. Und man hat nachgezählt, ob das, was auf dem Zettel stand, auch drin war. Und meine Eltern oder meine Mutter, glaube ich, war das damals, die hat das dann auch aufs Bankkonto einbezahlt, teilweise, und den Rest natürlich fürs Leben verbraucht. Ich selber kann mich erinnern, 1983 hatte ich eine Stelle, da wurde einmal im Monat die Hälfte des Gehaltes in bar ausbezahlt. Wir mussten da zum Chef. Es gab eine Liste mit einem genauen Zeitplan. Wir mussten zum Chef. Wir haben uns dann meistens einen Anschiss abgeholt. Beim Chef, er hat uns dann die Hälfte des Gehaltes in bar ausbezahlt und der Rest wurde dann am Monatsende per Bank überwiesen. So war das bis vor, zwischen 1960 bis 1980 teilweise noch gang und gäbe. Heute gibt es sicherlich ganz, ganz wenige Unternehmen, die Bargeld als Gehalt auszahlen. Aber da sieht man schon, heute wird alles digital und bargeldlos gemacht. Also es wird das Gehalt ausbezahlt, es werden Aktien gekauft, es werden Überweisungen getätigt, alles online. Und dazu braucht man einfach kein Bargeld. Und damit entwöhnt man uns auch langsam von diesem Bargeld. Barzahlungen nehmen seit langer, langer Zeit ab. Und es wird viel getan, dass die Regierungen und die Staaten die Kontrolle über dieses Geld, über dieses Bargeld oder Geld an sich nicht verlieren. Und man erinnere sich mal, letztes Jahr, als Facebook sagte, wir machen eine eigene Währung, dieses Libra, wie plötzlich viele Länder auf den Plan gerufen wurden und haben gesagt, wir verbieten das, wir sind da dagegen, das muss erstmal kontrolliert werden und so weiter. Die Kryptowährung ist aus meiner Sicht ja im Gegenteil dazu eine Währung, die eben nicht kontrollierbar vom Staat ist, damit man nicht wieder in die gleiche Petfolie kommt, wie man jetzt sitzt, dass der Staat permanent Geld druckt und Geld druckt und das Geld immer weniger wert wird. Also auch da sieht man, wie die einflussreichen Leute dagegen wirken wollen, dass es Kryptowährungen weiterhin gibt. Meine Meinung ist, dass diese Kryptowährungen, egal wie sie auch immer dann heißen werden, in Zukunft immer mehr in Betracht kommen werden, parallel zum Bargeld und auch parallel zum normalen Girokonto oder zu normalen Bankkonten. Für alle, die Bargeld bevorzugen und auch weiterhin nutzen wollen, ist es natürlich wichtig, dass sie so viel wie möglich mit Bargeld auch machen, einkaufen, bezahlen und so weiter. Also nicht umsteigen auf das Kartengeld und online alles machen, sondern immer wieder mehr Bar bezahlen, um zu zeigen, ich möchte weiterhin Bargeld haben. Andererseits muss man sich natürlich öffnen dafür, dass man nicht abgehängt wird von dem Zug mit dem Bezahlen. Also parallel dazu sollte man offen sein für diese ganze Online-Thematik, nicht unbedingt natürlich aktuell für Krypto, aber für viele Leute ist das auch sicherlich ein Hinweis da, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist inzwischen sehr, sehr einfach. Und es gibt inzwischen auch in Europa Länder, wo das Bargeld eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Beispiel ist hier Schweden. Schweden möchte 2030 das Bargeld komplett abgeschafft haben und heute ist es total schwierig in Schweden überhaupt etwas in Bar einzukaufen. In Bahnhöfen, in Taxis und sogar in der Kirche wird in Schweden das Geld mit der Karte eingesammelt oder mit dem Handy. Also lassen Sie sich einfach nicht von dem Bargeld abbringen, aber berücksichtigen Sie, dass Sie auf der anderen Seite sich nicht abkoppeln lassen, indem Sie alles andere komplett ablehnen und verdrängen. Ja, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, trotz alledem, dass es hier um Geld geht, dass es für mich wichtig ist, dass Sie als erstes auf sich achten, auf die Menschen, auf Ihre Familie und auf Ihre Gesundheit. Also erst die Menschen und dann die Sachen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, abonnieren Sie meinen Kanal und ich freue mich auch über viele Kommentare und kritische Äußerungen, solange Sie sich im Rahmen bewegen und ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Tag, alles Gute für Sie und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihr Klaus Echtler Klaus Echtler